um er hat den däbigen habe ich habe das war ein Weizen drei Melonenkerne das ist richtig weit jetzt die Lohnkirche er das war hier im Feld war das finde ich viel cooler so ja mann abisch vier Melonen so wir haben zwei Schäfer machen das kann man sagen wir haben gar nichts das ist der Beurtein ich diese Regen nicht aufgeteilt wieso können die nicht gleich die müssen fährt ich mir verletzt hat kommen möchte man stirbt dann ich dachte ich müsste sterben sie findet ist das ist das denn die Mischewer ist recht selbst auf 20 Meter Entfernung glaub ich dir nicht kommt doch und es ist noch alle glaube ich nicht was sie selber geboren bringen wir sind gestrungen sehr cool nein jetzt nicht jetzt will mich in Frage stellt es gar nicht das war komm ich selber wenn es sei nach selbst aus der Schilder so in die Turnieren lassen ich hab's gehört aber ich habe eine Frage wird es mit dem Mann das das war eine gezielte Detonation das kann man nicht als Explosion abtun um die ist es hier so ist es sein ist sein ich kann mich an den Sternen gut um die es hat er auf die Uhr geguckt haben schon ein Urmann ich muss morgen um neun Uhr aufstehen ja mann zu früh bin ich nie aufgestanden ja was echt beides müssen oder wollen außer man bekommt wollen kenne ich nie morgens ne 3 die als die Ecke gebogen gekriegt überlaufen k k hat und die kommt jetzt vorraten Kitschi wo bist du denn da wir gehen ab verweißen wo ist es sicher sind kein Verlusteliten haben ich habe gehört ab und eines wird nach machen mann tsch mann hier hast du drei Eisen kaufte was schönes he 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 hier hast du zwei Holz wenn du auch noch brauchst was auch eine crafting drühe ne ne mach ich zur crafting drühe ne ich hab jetzt mal eine Baumfarm gemacht oh ne 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 g supers a klar we was du leute richtig ich ich verdient würde ich sagen das ist das für die Kombo jetzt der Vorrein kam nicht in die wieder rauskommen ist der Kombinator eigentlich sollten wir Minum die Mann zu bekommen aber die Minum zur Kunde ist grad spannender zumindest für mich jetzt Diamanten finden halt auch richtig lange irgendwie also dritt geht das eigentlich übel schnell Spinn-Sporner cool soll ich ihn aufheben? oh ne das ist die bescheuerten Spinnieren vergiften dann oh die sind richtig müde ich hab hab ich hab hab ich hab hab ich hab hab das wird uns ja nicht antun das wird uns ja nicht antun ich finde Spinn-Spornergut hübschen aufbauen da hat sich gerade von selbst aufgelöst glaube ich schon ich aber die und ich bin eine dunkle Mine machst du denn keine Lampentorches? nein ich habe keine Lampentorches du? ich schon ich bin ich auch keine dunklen Mine was ist denn das mal eine Miene? Oha! Ah, eine beleuchtete. Eine wahre Leuchte. Ha! Ha! Komm, put 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 put, lass mir jetzt schlagen, dass das Ding hinsetzen kann. Endlich. Wo geht's denn eigentlich richtig runter hier? Ja, oha, hier mit dem Wasserfall, Sprung, und man ist unten. Richtig schillig. Och, ey. Was? Willst du mich verarschen? Malig und Laufen und Sackgartenrein. Leute, meine Eingracht nach dem Ausgang für eine Miene suche. Fetty. Wieso? Wart noch kurz, zwei Sekunden. Was willst du tun? Ich muss durch, muss mich noch hier, raus, suchen. Der gibt mir. Ah, ich hab ihm gegeben. Hallo Klack, der kann nicht abziehen, aber nett mit mir. Jeder zieht dich abziehen. Stimmt gar nicht. Doch. Ich weite grad deine Miene, Tim. Oh. Oh, ja. Oh, die Minis sind auch richtig gross. Wieso müssen diese Minen so riesig gross sein? Oh. Weil sie sonst nicht Minen hießen. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht hochgraben. Oh, Tim. Ich seh's jetzt schon. Ich komme nicht mehr raus. Bitte verzeih mir, dass ich habe gerade seine Mine geflutet. Du darfst ihn einfach nur oben nicht abgraben. Das habe ich nur alles zweitief gemacht. Oder was macht nichts? Ja, diesen Stein habe ich abgegraben. Das weiß ich auch nur, weil ich ihn selbst abgegraben habe. So nie zweimal, aber das macht nichts. Ich habe gerade alle facken mit Umkreise geschwemmt. Das macht was, würde ich sagen. Mach nur Pause, oder? Weil ich hoffe gerade noch sinnlos rumgehen. Keine Idee mehr. Die drei Käse bis nach. Wartet kurz, ich muss ihn noch rauslassen. Komm doch mal runter, komm runter zu uns. Ich bin fast tot. Ich komme da ganz sicher nicht runter. Nur so ganz kurz, bis wir die nächsten Diamanten finden. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist sogar zu kurz, bis die nächste Zeit sind dann später . Ich bin Sponchbopspinnen. Ich bin Sponchbopspinnen. Ich bin Sponchbopspinnen. Ich bin Sponchbopspinnen, aber nicht. Diese Spösse Stimme. Ich bin Trip. Der wollte die Spitze eigentlich. Aber das war ein Loch. Das war das Ganze. Oh ja. Ich bin so ein paar Pauze. Anfall, wie kommt man denn wieder raus? Achtung, im Mineneingang steht ein Creeper, falls es euch interessiert. Warte, gut, ich will nur noch rausfinden. Warte, wo ist deine Schrift? Da steht ein Creeper. Ich komme raus. Joga. Ich habe die Schrift gesehen gehabt. Hier ist die ganze Chess. Ich habe den Creeper anvisiert. Finde ich in seiner eigenen Minenz zurück, ey. Zurecht. Ja, ich muss ich auch nicht. Ich habe sie auch gefunden. Gut, dann geht es da. Wenn ich hier geradeaus laufe... Wo seid ihr? Dann bist du tot. Da ist auch eine Chess. Da ist auch eine... Achtung! Eine interessante Frage. Hinter den Creeper. Ich komme gerade raus. Ich will die Karte rauskommen. Ich habe gerade gehört, das heißt, ich müsste ganz nah sein. So sehe ich euch in Schrift. Ich bin nicht bescheuert. Ja. Ja. Ich bin noch vor der Tür. Ich bin ein Slimy-Spawner. Oh, Creeper vor der Tür. Sag was. Nein. Ne. Jetzt ist es zu spät. Okay, das heißt, ich muss in die... Ich sehe, dass es in die andere Regen kommt, mir das... Darf das auch mal passieren, ja. Das habe ich jetzt auch gehört. Was ist kaputt? Ich schlaufe, du. Hallo, die Kiste ist ja der erste Mal bei dieser. Alles von unserem Haus ist kaputt. Da ist direkt drinnen, explodiert. Ist richtig zerfetzt, Junge. Du kannst gerade mit deinem Minecraft löschen, eigentlich. Das war nicht sehr motivierend, was du da gerade aussprichst. Was für motivierend, wenn ihr euch von unserem Chestroom zerballert. Alter, ich sterbe hier. Ich baue da jetzt mal ein Fenster rein, das ist eh verlässlich gewesen. Viel Spaß. Bei Minecraft hängt er, bei Minecraft hängt er nicht mehr. Nein. Wird schon wieder Tag, hm? Nein. Oh Leute, das wird zu bescheuert. Darf ich mich raus-TPen? Oder darf mich jemand raus-TPen? Oh Leute, dann grabe ich mir. Das wird jetzt alles zu bescheuert. Nein. Richi redet schon wieder in die Flasche. Nein, Tim. Wirklich. Musst ja auch mal in Regeln halten. Du hörst es aber an dein Mikrofon. Spaß. Ich will gar nicht in die Flasche, du Knecht. Richi is ne Flasche. Ich will 300 Meter von mir entfernt, das liegt an deinem Skype, ey. Was denn? Joshua! Mach! Bisschen falsch, würde ich sagen. Wie sitzen die Treppen denn da, ey? Guck dir das doch an. Ja. Voll die View und Technik. Aber man kann dir ja was von unten anklicken, dann passt. Technik. Mann, ist das. Ich finde das voll krass, dass man aus sechs Glasblöcken 16 Glascheiben machen kann. Voll cool. Tim, dein Mikrofon. Geht. Geht. Okay. Fährt voll dumm, wenn man Glasblöcke macht. Ja, egal jetzt, würde ich sagen. Weißt du, was voll traurig ist, dass ich nie aus dem Ruhmine rauskomme. Merk schon, Tim. Er will dir keine Zeit mehr, das zu überleben. Also entweder hab ich's rausgefunden oder gleich bei der... Der Wüste. Ach nee, ich bin in der Wüste rausgekommen. Ritschi, da steht ein Creeper auf dem Berg. Schön, Tim. Ja, er hat was. Siert. Ich bin beim Dschungel. Cool. Wo bin ich? Nein. Hab ich was zu essen dabei. Äh, wir brauchen was zu essen. Bisschen Gammelfleisch in die Schrein gestopft. Ich krieg's weiter, du lieber. Ich hab 23 Eisenerz. Wir sind auch stolz auf dich. Sieben Melonenkerne, zwei Köln- und Kärne. Ein Holzbrett. Ein Eichenholzbrett. Gut. Sehr gut. Nee. So, wenn jetzt ist keiner von oben ein Creeper mehr in die Mina reinfallen. Ja, ich hab die Treppe geklaut. Ja gut, also dahin ist dann Berg, so. Wir bauen ja bei einem Berg, das heißt, ich muss da eben zum Berg hinlaufen. Oder wo waren wir denn beim Dschungel? Nee, war nicht so weit weg vom Dschungel. Denn es ist das die Holzplantage. Gut, das sind alle wieder beisammen. Was ist das nicht für ein Baum? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Der Baum vorm Ritschie. Nicht fällen. Schade. Das dauert es jetzt ganz gut. Wofür denke ich, dieser Weg nehmen. Ein Loch. Komm, die noch mal rein. Du musst dich freigen, dass du um das ganz spannende ist. Ich seh gar nichts. Leute, dann lass mal Pause machen oder so. Stell dich mal hier da vorne hin. Ja, warte kurz, ich muss so wieder hier rausfinden. Du weißt schon, dass die Radioschroßweg bis nach oben gegraben hast. Ja, irgendwo muss ich ja wieder raus. Gut, dann stell dich mal da... Ich hab 60 Keys, ja. Stell dich mal neben Rittwig. Ich geh erstmal meinen Ventura kurz weg. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme-Session. Ja. Bis dann. Ciao. Ja, sehen wir uns dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.